Na, 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 na. Ahaha, Papa! Ja? Was ist denn los, Kleine? Ich will eine Frisöse sein. Aber das ist doch kein Problem. Auf geht's! Wow! Hier, dein Friseurpaket. Komm mal mit, ich zeig dir mal eben was anderes. Geh rein und Überraschung! Oh, wow! Wer ist da? Hallo, ist das hier der Friseur? Ja, komm rein, setz dich hin. Dankeschön. Leg dich hin. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier. Es ist fertig, schau mal. Ich hab mein Bestes gegeben. Ich hab gedacht, ihm gefällt es. Papa, Papa, Papa. Was ist denn passiert, meine Kleine? Ich will ein Koch sein. Du möchtest eine Köchin werden? Ja. Jetzt sofort eine Sekunde. Ganz viel Glück, Chefköchin. Ist das hier ein Restaurant? Ein Restaurant. Ich bin hungrig. Ja, setz dich hin, bitte. Dankeschön. Hier hast du was zum Lesen. Oh, danke. Nice. Lass dich nicht nochmal blicken, ja? Ja. Es ist fertig. Bitteschön. Oh, vielen Dank. Und hat es dir geschmeckt? Sehr lecker. Ja. Papa. Es hat wieder nicht funktioniert. Möchtest du ein Model sein? Ja. Hier, nimm. Papa. 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 Oh, nein. Nein, nein, nein. Nein. Das ist auch nichts für dich. Möchtest du? Möchtest du vielleicht singen? Ja. Ja. Hier, nimm. Du bist eine Sängerin. Du bist eine Sängerin. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. Turn away and slander at all. Here I come. La, 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 la. Oh, nein. Nicht singen. Das ist vorbei. Huh. Vielleicht Arzt? Nein, lieber nicht. Ah, vielleicht ein Bauarbeiter. Nee, das ist für Jungs. Du solltest zur Schule gehen. Komm, schnell. Papa. Wow. Ich bin fertig. So, ihr böse Wichte, hier komm ich. So, fahr hier rüber und halt das Auto an. Hallo. Mach die Musik leise. Was? Ich kann dich nicht hören. Das gibt's in den Strafzettel. Entschuldigung. Du kannst weiterfahren, aber das war die letzte Fahndung. Tschüss. Tschüss. Anhalten. Hey da, anhalten. Entschuldigung, Mister. Was? Beim Fahrn ist das Telefonieren verboten. Verstanden? Na. Hier. Oh, Bestech. Ab ins Gefängnis. Sofort. Ach, Ruhe. Anhalten. Sofort. Was ist das? Aussteigen. Und zwar sofort. Das geht nicht. Nein. Heb sofort die ganzen Bälle auf. Du bekommst dein Bußgeld. Und zwar 100 Euro. Oh, nein. Uff. Das war ein anstrengender Tag. Zeit, nach Hause zu gehen, was zu essen. Papa, ich habe Hunger. Aber natürlich. Halt. Du warst draußen. Hast du dir schon die Hände gewaschen? Höh. Nee. Dann wasch sie bitte. Ja, überall gibt es Regeln. Oh, was für ein toller Fisch. Hey, wer warnt denn da? Oh, du Arme. Oh, du Arme. Oh, es funktioniert nicht. Nee. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Aha. Haha. Wir schneiden es ab. Okay. Und fertig. Oh, dankeschön. Oh, das ist so hässlich. Und ich bin so hässlich. Warte eine Sekunde. Wow. Und das hätte ich fast vergessen. Okay, los geht's. Ja, düste mal. Okay. Au. Oh, das tut weh. Au. Entschuldigung. Tada. Fertig. Fertig. Guck mal. Oh, das ist ja noch schlimmer. Komm, wir fern deine Haare. Okay. Such dir eine Farbe raus. Oh, rosa. Und auch noch ein bisschen blau. Und lila. Oh, ja. Okay, fertig. Und wie gefällt's dir? Hm. Nee, es gefällt mir nicht. Wir machen ein paar Haargummis rein. Welches? Das hier. Und gefällt dir das? Ja. Und noch ein paar. Ja. Das sieht so cool aus, oder? Nee. Warte eine Sekunde. Schau, ich bin genau wie du. Aber das ist nicht schön. Ach, was mach ich denn bloß? Papa. Was ist denn los? Komm mit. Was ist passiert? Schau, schau doch hier. Mein Haar ist überhaupt nicht schön. Ist das eine Perücke? Lass mich mal sehen. Wo ist das Problem? Ihr solltet nicht mehr damit spielen. Ihr solltet lieber hier mitspielen. Oh, ja. Danke. Und ich auch. Wow. Wow. Tschüss. 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 Tschüss.